Musik Eine Woche nach den Osterfeiern der Katholiken feierten auch die orthodoxen Christen Ostern. Der Grund dafür ist, dass für die Bestimmung des Datums der julianische Kalender verwendet wird. Es wird zu Ostern der Auferstehung Jesu von den Toten gefeiert. Im Burgenland fand die Feier in St. Andrea am Zigsee statt. Viele Besucher waren gekommen, um bei dem Fest dabei zu sein. Nach dem Gottesdienst ging es dann in den Garten, um bei Speis und Trank zu feiern. Musik Das sieht man auf, nein, ich meine. Musik Das ist ein Schuss. Musik Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. Musik Das ist ein Schuss. Das ist ein Schuss. ZJ-Lin, Hei S-A-M-E-N-O-S-H-I-A-T-K-E-H-T-I-S-E-T-I-S-N-I-M-A-T-S-I-M-A-T-I-S-I-N-K-E-S-H-I-N-O-S-I-N-A-S-I-N-H-I-S-A-M-E-N-O-S-S-S-A-M-E-N-O-S. ZANG EN MUZIEK Die Sonne Musik Musik Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018